Die Sojabohne ist eine Leguminosa, also eine Hülsenfrucht. Und das Besondere an den Hülsenfrüchten ist ihre Fähigkeit, Luftstickstoff zu binden. Genau diese Kombination, der hohe Fettgehalt, aber auch einen sehr hohen Proteingehalt, macht Soja einmalig. Man braucht eine Bodentemperatur von mindestens 10 Grad Celsius. Ungefähr 60 Prozent, die in Österreich produziert wird, gehen in Futtermittel und 40 Prozent in den Bereich Lebensmittel. Weltweit werden ca. 20 bis 25 Prozent aller Sojabohnen von Menschen konsumiert. Der Soja hat einen sehr hohen Eiweiß geholt und das ist eigentlich der wichtigste Grund, warum Soja in der Fütterung so wichtig ist. Die Gentechnik ist in Österreich stark in der Kritik und sehr viel von über sich Soja ist Gentechnik verhindert. Die EU ist auf Importe angewiesen. Es gibt eigentlich relativ viele Alternativen zu Soja. Sojabohnen kann man nicht roh essen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann auch Punkte, wo Sojaprodukte ganz gut genutzt werden können. Es gibt einfach für Soja so viele wirklich exzellente Produkte. Es ist erstaunlich, in wie vielen Produkten man Soja finden kann. Ich glaube, davon muss man wegkommen, dass man sagt, das ist ein Ersatzprodukt. Es ist erstaunlich, in wie vielen Produkten man sagt, das ist ein Ersatzprodukt. Es gibt einfach nur viele Produkte. Es gibt einfach nur viele Produkte, die sich selbst erstaunlich, weil sie noch nicht mehr verweillt sind. Es ist erstaunlich, wenn man sagt, das ist ein Ersatzprodukt. Es ist ein Ersatzprodukt. Vielen Dank.